Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Heute bin ich im Gespräch mit Vince Ebert, dem Kabarettisten und Spiegel-Bestseller-Autor. Wir sprechen über sein Bühnenprogramm, wir sprechen über New York und Amerika, seine Erfahrungen dort. Und wir sprechen auch ein bisschen über die Meinungsfreiheit und vielleicht die Lage des Kabaretts an sich. Denn Vince ist einer der ersten Erstunterzeichner unseres Appells für freie Meinungsräume, den Milos Matoschek und ich initiiert haben. Vince, schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich. Ja, ich mich auch. Vor allem, weil du ja auch ein Bestseller-Autor jetzt schon mehrfach bist mit sehr vielen Büchern mit dem Titel Physik ist sexy, Denken lohnt sich. Das waren deine Bühnenprogramme und die Bücher heißen Denken Sie selbst, sonst tun es andere für Sie. Machen Sie sich frei, sonst tut es keiner für Sie. Und dein jetziges Buch heißt Broadway Start Jakobsweg. Es ist gerade erst erschienen, also wir sind hier quasi live bei der Ersterscheinung. Ja, dankeschön. Broadway Start Jakobsweg, da sehe ich ja schon direkt den Seitenhieb auf den Kollegen Harpe Kerkeling. Ist das beabsichtigt? Ich habe das Buch tatsächlich von Harpe als Hörbuch damals gehört und ich will jetzt nichts über den Kollegen sagen, aber ich habe mir gedacht, nee, also wenn ich irgendwie sowas wie eine Midlife-Crisis habe, dann mache ich das ganz anders. Also ich, deswegen sage ich auch immer im Programm, ich wollte nicht runterfahren, sondern ich wollte nochmal beschleunigen. Und deswegen habe ich praktisch eigentlich genau das Gegenteil gemacht. Ich bin in die schnellste Stadt und die härteste Stadt, die man sich bei Comedians irgendwie so vorstellen kann. Und eben nicht den Jakobsweg gegangen. Ja, gerade bei Comedians, du hast da eben auch eine Bühnenshow gehalten und das stelle ich mir irre schwer vor, bei der New Yorker Comedianszene, was man so hört. Wir werden vielleicht auch gleich darüber sprechen, wie man da überhaupt reinkommt. Aber war es denn tatsächlich sowas wie eine Midlife-Crisis? War es ein Weg der Selbstfindung oder war es einfach nur ein weiteres Projekt, das du gemacht hast? Du hast auch die Sendung Wissen vor acht Werkstatt moderiert, wie gesagt, deine Bühnenshow, deine Bücher. War das ein weiteres Projekt von vielen? Eigentlich schon. Also ich bin 1997, 1998 zum ersten Mal auf die Bühne gegangen, mache das jetzt also schon ganz schön lange, 200 Shows teilweise im Jahr. Und irgendwann wird alles ja mal zur Routine. Man spielt dieselben Läden, man spielt vielleicht ein bisschen größer. Aber man entwickelt so eine Routine und dann habe ich mir eben nach 20 Jahren gesagt, ich muss da mal raus aus diesem Hamsterrad und wollte eben nicht runterfahren, sondern habe gesagt, die New York generell war immer eine Stadt, die ich auch schon in den letzten Jahren vorher besucht habe. Und ich habe tatsächlich auch schon vor ein paar Jahren angefangen, meine Shows auf Englisch zu spielen, weil ich sehr, sehr viele Vorträge für Unternehmen, für Konzerne mache, teilweise für Universitäten. Und da hat sich irgendwann mal das angeboten, dass die Konzerne sagen, wir haben eine internationale Crowd, könntest du das nicht auf Englisch machen? Und deswegen habe ich das schon vor ein paar Jahren angefangen, habe dann auch ein englisches Abendprogramm entwickelt mit dem Namen Sexy Science und bin sogar zwei Jahre vorher nach Edinburgh auf das Fringe Festival, das ist so das größte Beraterfestival der Welt und habe das so quasi als Testlauf gemacht, habe da einen Monat lang gespielt. Das hat ganz gut funktioniert, war ein paar Mal in London, habe da in den Clubs gespielt. Also ich kannte schon so ein bisschen diese angloamerikanische Stand-up-Szene. Und ja, und dann hat sich das irgendwie angeboten, als ich gesagt habe, komm, lass uns nach New York gehen, zusammen mit meiner Frau. Und bin dann tatsächlich auch lustigerweise sehr, sehr schnell in die Clubs reingekommen, weil New Yorker stehen auf schräge Sachen, je schräger, desto besser. Und ein deutscher Comedian, der Physik studiert hat und Witze über Georg Ohm, den Begründer des deutschen Widerstands macht, das verhalten die irgendwie schräg und lustig. Und so bin ich da irgendwie relativ schnell reingekommen. Was würdest du sagen, wer hat mehr Vorurteile gegenüber dem anderen, der Amerikaner gegenüber dem Deutschen oder der Deutsche gegenüber dem Amerikaner, wenn man so pauschal sprechen will? Pauschal kann ich sagen, der Deutsche hat ja eigentlich sehr negative Vorurteile gegenüber Amerikanern. Ungebildet, Trump-Wähler interessieren sich nicht, ist jetzt egozentriert. Und das ist so das klassische deutsche Klischee vom Amerikaner. Und in Amerika sehen uns, die Amerikaner, in einem total positiven Licht. Also ich habe noch nie so viele Komplimente bekommen, ob der Tatsache, dass ich Deutscher bin, in Amerika habe. Und am Anfang habe ich mir gedacht, naja, die machen sich lustig drüber. Aber ja, weil als Deutscher bist du ja mit so einem Schuldkomplex irgendwie so. Wir haben die Welt zerstört und wir sind eh total die niederste Klasse. Und dann kommst du nach New York und die Comedy-Szene, die Unterhaltungsszene in New York ist ja tatsächlich auch sehr jüdisch geprägt. Also ich habe ganz, ganz viele jüdischstämmige Kollegen kennengelernt. Die Veranstalter sind oft jüdischstämmig. Und dann sagen die, die zu mir, hey, du bist Deutscher, finden wir cool, finden wir klasse. Ja, die machen natürlich auch Scherze über unsere Vergangenheit, aber eher mit so einem Augenzwinkern und sagen wirklich fast alle, ihr Deutschen seid ein tolles Volk. Ihr habt euch nicht nur im Autobau oder in der Ingenieurstechnik, sondern auch was Kultur, was Philosophie. Also was diese große Tiefe von humanistischer und geisteswissenschaftlicher Bildung angeht, das finden die großartig. Und ich wusste nicht mal im ersten Moment überhaupt nicht, was ich dazu sagen soll. Ich will erst mal abstreiten, dass man wirklich Deutscher ist. Früher hat man ja gesagt, don't mention the war. Aber was eben dein Programm angeht und auch den Witz, gab es denn Witze, die du dir bewusst verkneifen musstest, die man vielleicht als Deutscher in Amerika, vielleicht auch vor einem genuinen jüdischen Publikum nicht machen sollte? Oder hast du dich da völlig frei, vielleicht sogar freier gefühlt als in Deutschland? Im Gegenteil. Also es geht sogar mehr als in Deutschland. Also ich habe einen Gag, der immer, den bringe ich sofort, sogar recht früh am Anfang, wo man eigentlich noch nicht so richtig weiß, wie ist das Publikum drauf. Ich sage eben, dass man als deutscher Physiker, dass die Sprache der Wissenschaft vor 120 Jahren nicht Englisch war, sondern Deutsch. Vor 120 Jahren wurden ganz viele internationale Fachbücher in der Naturwissenschaft erst mal auf Deutsch verfasst. Und dann kommt der Gag halt, und wenn wir es vor 80 Jahren nicht verschissen hätten, dann könnte ich jetzt hier vor euch in meiner eigenen Sprache auftreten, weil es mein eigenes Land wäre. Und die Amerikaner lachen sich da tot drüber, weil man natürlich Witze über seine Herkunft, über das deutsche Klischee macht. Sobald Deutsche im Publikum waren, gucken die alle so ganz kiert, oh, kann man das machen? Darf man das tun? Aber die Amerikaner lachen sich darüber tot. Und erst recht die Juden, die da drin sind, also die können diesen Humor sehr, sehr gut einschätzen. Du hast auch einen schönen Witz oder vielleicht eine Anekdote erzählt über den Moment, wo du und deine Frau eine Wohnung in New York eben findet und bei einem jüdischen Vermieter und du einen, ja, wie deine Frau fand, wohl unangemessenen Witz über Österreicher und Deutsche und eure Verbindung gemacht hat. Und was, was er geantwortet hat, war, fand ich auch sehr witzig eigentlich. Genau, also ich habe dann eben diesen Gag gemacht, dass man, also ich bin, ich bin Deutscher und Valerie, meine Frau, ist Österreicherin. Das exakte Gegenteil wie Adolf Hitler und Eva Braun. Da war sie ja die Deutsche und er der Österreicher. Und dann hat dieser Vermieter, Mr. Schlomo Glickstein, hat mich sehr lange angeguckt und dann gesagt, ich kann ihm meine felserlose Kellerwohnung anbieten. Gerade ihre Frau müsste sich als Österreicherin dort sehr wohlfühlen. Also das ist so dieser typisch jüdische Humor. Man geht so, und das hat mir in der Comedy-Szene in New York eben auch wahnsinnig gut gefallen. Man, jeder, der da auf die Bühne geht, hat irgendwie einen Migrationshintergrund und jeder macht über seine Kultur, über seine Klischees, macht die Witze drüber. Die Comedians machen Witze über die anderen Kulturen von den anderen Comedians. Also da ist keine, keine Berührungsangst irgendwie da. Und dadurch, dass eben New York so wahnsinnig jüdisch geprägt ist, habe ich so viel Kontakt zu jüdischstämmigen Leuten bekommen, dass man dann auch sich echt locker machen kann, weil man halt irgendwie, wenn man im direkten Gespräch mit denen ist, und dann lösen sich viele Dinge irgendwie auf. Wir Deutschen sind ja, glaube ich, deswegen sehr, sehr verkrampft und sehr, sehr vorsichtig mit diesem Thema, weil wir eben kaum Kontakt zu jüdischstämmigen Leuten haben. Ja. Es gibt auch von John Cleese die Bemerkung, dass ja eigentlich diese nationalistischen Stereotype genau das sind, wo man am liebsten Witze drüber macht und Klischees und auch das, was heute in Deutschland zumindest schnell unter dem Verdikt des Rassismus gerät, wenn man eben über einige einzelne Völkergruppen dann diese Stereotype auch als Witz dann ausarbeitet. Ist das was, wogegen du manchmal absichtlich noch angehst oder sagst du auch, ach, das muss nicht sein, so in Richtung Rassismus, dann lebe ich lieber doch Rücksicht? In Deutschland oder in Amerika? Vielleicht gibt es da auch Unterschiede dann, je nach deinem Publikum. Also in Amerika habe ich es in den Clubs nie empfunden, wobei da wahrscheinlich jetzt auch so durch die aktuellen Ereignisse eine größere Vorsicht irgendwie da ist. Wenn ich an Unis gespielt habe oder bei Konzernen, da ist schon eine unfassbare political correctness da. Also da achten die wahnsinnig drauf, dass man bestimmte Sachen nicht sagen darf, weil man eventuell in dem, also gerade was Diskriminierung, was Minderheiten, was Frauenrechte angeht, also da ist man wirklich über, 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 über vorsichtig und ich bin da tatsächlich, mir ist es ganz oft passiert, dass die halt mich vor einem Vortrag angerufen haben und gesagt haben, also wir haben da so ein bisschen deine YouTube-Clips durchgeguckt und da war der Witz und der Witz und das kannst du irgendwie hier nicht machen. Also so teilweise auch wirklich harmlose Dinge, also zum Beispiel, ich mache diesen einen Gag, drehen sich auf der Südhalbkugel die Stripperinnen an der Stange andersherum als auf der Nordhalbkugel. So, das ist halt ein lustiger Physikerwitz, der in Deutschland immer funktioniert, der auch so, aber da in Amerika, da haben die gesagt, nee, also das ist frauenfeindlich und das könnte eben, also dann kommt dann immer so der Satz, also ich persönlich finde das ja auch. Aber wir haben da vielleicht Leute da, denen könnte das eventuell, also diese Angst, dass irgendwie ein Anwalt im Raum sitzt, der dann den Konzern um 30 Millionen Dollar verklagt, weil der Komiker einen blöden Witz rausgehauen hat, die dies anscheinend da. Ja, in Deutschland, dann bin ich natürlich, was Tabus angeht, ist ein bisschen anders. Also in Deutschland kannst du relativ tolerant sexuelle Zoten irgendwie reißen, was ich zwar nicht mache, aber da ist man relativ locker und easy. Aber tatsächlich alles, was in diese Rassismus-Ecke speziell, als er auch jüdisch, Krieg, Zweiter Weltkrieg geht, das ist ein ganz heitles, das funktioniert auch nicht in Deutschland. Ich habe versucht, diesen einen Witz auch im deutschen Programm zu machen, dass die Leute haben so Hemmungen, da frei rauszulachen, gar nicht mal so, weil sie den Witz nicht lustig finden, sondern weil sie sich umgucken, oh, wenn ich jetzt drüber lache, denkt der jetzt, ich bin ein Rassist. Also die Schere im Kopf schon beim Humor, schon beim Lachen, ja. Ich kann mir vorstellen, dass die Political Correctness auch teilweise in so Themengebiete übergeht, wie zum Beispiel die Corona-Thematik oder auch die Umweltthematik. Du schreibst auch, dass deine Sicht auf zum Beispiel erneuerbare Energien, auf Sonnenkollektoren, auf Windräder und auf die Energiegewinnung, dass die durchaus auf Unverständnis oder Empörung gestoßen ist. Ich stelle mir zum Beispiel New York als sehr grün, also die Mentalität, also Veganer, da sind alle so hip, das ist, Alexandria Ocasio-Cortez kommt daher und da gibt es den Green New Deal. Also das ist, glaube ich, alles für diese Schicht doch sehr wichtig. Und wenn man jetzt eine Diskussion vom Zaun bricht über die Sinnhaftigkeit von so nachhaltigen, erneuerbaren Energien, wie ist man dir da begegnet? Also ich habe es im Buch ja auch geschrieben. Wir waren ja auch drüben, während Greta Thunberg da im Hafen angekommen ist. Das war auch um im September. Das war natürlich in der New York Times auch mal zwei, drei Tage ein Thema und in den klassisch-liberalen Blättern und da das, aber das wurde mit wesentlich weniger Buhai gesehen, wie wir das in Deutschland eigentlich machen, wo sie ja quasi fast schon eine religiöse Figur ist. Und die Amerikaner, selbst die New Yorker und selbst die, ich sage jetzt mal, die linksgrünen New Yorker, die sind dann doch ein bisschen pragmatischer, was Umwelt- und Energieversorgung angeht. Also die versuchen natürlich auch irgendwie, was weiß ich, Solaranlage und bla, bla, bla. Aber zum Beispiel, was das Thema Kernenergie angeht, da findest du kaum einen Amerikaner, der das als Teufelswerk sieht. Und selbst Fracking sagen die, na ja, also es macht uns halt unabhängig von Saudi-Arabien. Also die gehen da relativ pragmatisch um. Also die bauen Windparks in Texas, es stehen drei der größten Windparks der Welt, weil da halt freies Land ist und weil da halt der Wind weht. Ja, also die kämen aber nie auf die Idee, irgendwie den Westerwald zu ballern mit Windkrafträdern und irgendwie flächendeckend zu roden, wo dann halt irgendwie nur 50 Prozent Wind weht. Also man geht das Thema Umwelt- und Klimaschutz meiner Meinung nach wesentlich rationaler an als Deutschland. Das kritisiere ich auch so ein bisschen im Buch und auch im Programm, dass ich sage, keiner will ja irgendwie einen verdreckten Fluss vor der Tür haben und jeder macht sich irgendwie Gedanken, dass das ist alles hübsch und dass wir unseren Kindern eine lebenswerte Zukunft hinterlassen. Und jetzt sind wir Deutschen ein Volk von Ingenieuren. Aber bei diesem Klimaschutz- und Klimapolitiksthema, da haben wir das, diese rationale Herangehensweise vollkommen über den Haufen geworfen. Ich mache im aktuellen Programm, rede ich darüber, dass man, wenn man, man kann in Deutschland nur 40 Gigawattstunden Strom mithilfe von Pumpspeicherwerken, also wirklich speichern. Und das heißt, wenn jetzt eine Dunkelflaute zum Beispiel käme, eine Phase, wo also kein Wind, keine Sonne scheint, würden diese 40 Gigawattstunden gerade für 40 Minuten Strom sorgen in Deutschland. Und dann wäre, wenn wir nur von Wind und Sonne abhängig wären, dann wäre Deutschland, würde Deutschland das Licht ausgehen. Das heißt also, wir reden hier von 40 Minuten speicherbarem Strom. Und das ist natürlich absurd, dann irgendwie Kohle und Kernenergie abzuschalten. Aber das ist halt eben diese deutsche, fast religiöse Verklärung von Umwelt. Ja, diese religiöse Verklärung kommt vielleicht daher oder ist sehr stark damit verbunden, dass die Deutschen, wie du auch schreibst, die Natur lieben. Die Amerikaner da hingegen lieben Naturparks. Wie ist diese Unterscheidung zu verstehen? Also ich glaube, es hat auch so ein bisschen mit der deutschen Romantik zu tun. Der Wald ist ja schon so ein gottgleiches Wesen gewesen, schon immer unter den Romantikern vor, wann waren die, du weißt das besser, 200 Jahre? 200 Jahre, ja. Ja, also da wurde der, die Natur wurde so quasi beseelt. Und deswegen ist, glaube ich, auch dieser Hambacher Forst, also diese Entrüstung darüber so groß. Man hat jetzt da nicht einfach, man wollte da nicht einfach nur eine Fläche abholzen, sondern man hat irgendwie dem Deutschen die Seele raus, würde die Seele rausreißen. Deswegen reagieren wir so emotional da drauf, weil ein Wald einfach nicht nur ein Gebiet ist, wo halt Holz wächst, sondern weil das irgendwie zu unserer Seele gehört. Und die Amerikaner, die lieben natürlich Natur, klar, aber die sehen die nicht so verklärt. Die sagen, ich mache halt einfach die Natur, weil ich gerne in der Natur bin. Feierabend. Amerikanischer Pragmatismus. Das ist vielleicht auch der Grund dafür, diese Art Mystifizierung der Natur, warum Greta Thunberg, wie du sagst, auch so in Deutschland gerade so eine Erlöserfunktion fast hat. Witze über Greta Thunberg zu machen, kommt ja dann teilweise schon einem Frevel gleich, wie wir es auch bei Dieter Nuhr gemerkt haben. Hast du Bedenken, Witze über Greta Thunberg zu machen? Bedenken hätte ich nicht. Ich vermeide es immer in meinen Programmen, konkrete Personen direkt anzugehen, weil das ist immer billig. Also ich mache keine Witze über Trump. Ich arbeite mich nie an Personen ab. Ich interessiere mich eigentlich immer, wenn ich ein Phänomen auf der Bühne oder in den Büchern beschreibe und das satirisch irgendwie aufbereite, interessiere ich mich eher für das Phänomen selbst. Weniger für irgendwie einzelne Personen, die repräsentativ dafür stehen. Und deswegen vermeide ich es persönlich über Greta Thunberg, Witze zu machen, sondern ich finde eher dieses Phänomen, dass wir Deutschen, vielleicht hat es auch was mit zu tun, dass wir irgendwie immer unreligiöser werden, dass Gott keine Rolle mehr spielt und wir versuchen das als Ersatzreligion und das hat ja auch religiöse Züge, wie wir Klimaschutz betreiben. Und dass dann eben so eine junge Dame da kommt und dass wir die dann quasi in so eine fast prophetische, in so einen prophetischen Stand heben, in einen religiösen Stand, das finde ich viel spannender als Phänomen, als jetzt zu sagen, die redet Quatsch oder die hat das gesagt und das finde ich nicht gut oder sowas. Ja, es sagt vielmehr über uns und unsere Mentalität aus und Sehnsucht als über die tatsächliche Person, die da aufs Podest gehoben wird. Ja, du hast geschrieben, die Denkfabrik Agora Energiewende schrieb, dass die, die das Klimaschutzziel im Jahr 2020 schon in Deutschland sicher erreicht wird als Folge der Corona-Krise. Also da wird eben auch Corona ja sehr oft, das sehen wir auch an vielen Stellen, als wirklich etwas Positives beschrieben. Jetzt, wo der überhitzte Motor des Kapitalismus eben zum Erliegen gekommen ist, können wir doch wenigstens wieder die Delfine in der Bucht von Venedig sehen und was man da alles so gehört hat. Wie hast du diese Verbindung von Klima und Corona empfunden? Also, es ist schwierig. Also ich habe eben diese Studie mir da angeguckt und weil jetzt die Leute frohlockt haben, siehst du, es geht ja doch. Es geht ja doch mit dem Umweltschutz. Aber wir zahlen jetzt schon einen hohen Preis dafür, der jetzt nicht so spürbar ist, weil wir natürlich irgendwie Geld drucken. Aber ich meine, so ein Land wie so eine Volkswirtschaft wie Deutschland oder erst recht eine Weltwirtschaft ist ja ein bisschen so wie ein großer Tanker. Also wenn du da die Bremsen reinhaust, dann spürst du das halt erst ein paar Wochen oder ein paar Jahre später. Und also ich halte das für sehr, sehr schwierig, jetzt Corona hochzustilisieren, dass es jetzt mit dem Umweltschutz vorangeht, weil das ist eigentlich der falsche Ansatz. Ich bin ja als Physiker bin ich ja irgendwie jemand, der an wissenschaftlichen Fortschritt glaubt, an Vernetztheit, an globalisiertem Denken auch natürlich, an Innovationsfähigkeit. Und ich glaube, dass die Marktwirtschaft, dass der Kapitalismus eben viele gute Ideen hervorbringt, um bestimmte Probleme in jeglicher Form zu lösen und eben nicht dieses ewige Reduzieren und Verzicht, weil selbst wenn wir verzichten, sind ja die Ressourcen laut denen irgendwann mal sowieso erschöpft. Das heißt also, dann sind sie halt ein paar Jahre später erst erschöpft. Aber die Geschichte der Technologie zeigt, dass Technologie immer mit Effizienzgewinne hervorgehen, dass man auf Dinge kommt, auf Produktionsformen kommt, die man sich überhaupt nicht vorstellen konnte. Also wenn du vor 100 Jahren den Leuten gesagt hättest, wir können mit modernen landwirtschaftlichen Methoden in 100 Jahren 8 Milliarden Menschen locker ernähren, dann hätten die uns für wahnsinnig gehalten, weil die gesagt haben, das geht doch gar nicht, wie soll denn das gehen? Und dann kamen Kunstdünger, Gentechnologie und so weiter und so weiter. Das heißt also, Innovationsfähigkeit, Wissenschaft, Offenheit, Kreativität führt oft wie viel besser zur Lösung von Problemen als irgendwie ein Verzicht. Ja, ich glaube, vor 100 Jahren hätte man mit der Mentalität von heute vielleicht den Leuten auch gesagt, spart mal euer Bienenwachs, sitzt mal öfter im Dunkeln, denn die nachfolgenden Generationen müssen ja auch noch von den Kerzen leben können und dann hätte es eben gar nicht zu dieser Kreativität und Innovation kommen können, um überhaupt eben so viele Menschen zu ernähren. Aber mit so einer Einstellung, wie du sie hier auch vorbringst, die würde ich schon charakterisieren als nicht dem intellektuellen Mainstream zur Zeit entsprechend. Ist es dann schwerer, darüber Witze zu machen oder ist es eigentlich einfacher? Naja, es ist insofern intellektuell herausfordernder, weil man natürlich wesentlich genauer argumentieren muss beziehungsweise seine Programme wesentlich cleverer durchdenken muss, als wenn man jetzt irgendwie das, ich sage jetzt mal, ein klassisches Kabarettpublikum hat, bei dem man weiß, da macht man, da legt man ein paar Schalter um, dann kriegt man im Wesentlichen einen Gesinnungsablauf. Also man muss sich schon ein paar mehr Gedanken machen, wenn man so ein bisschen gegen den Mainstream argumentiert oder wenn man versucht, das versuche ich ja immer, dass ich den Leuten, ich meine, die, die irgendwelche fundamentalistisch an irgendwelche Sachen glauben, die kann man sowieso nicht überzeugen, selbst durch Fakten nicht. Deswegen sind sie auch Fundamentalisten. Aber es gibt eine Menge Leute, die so dazwischen sind und die tatsächliche Interesse haben an Zusammenhängen und die kommen ganz oft zu mir und sagen, wow, das habe ich ja überhaupt noch nie gehört, das ist ja hochinteressant. Also, und da freue ich mich, dass du dann praktisch bei diesen Menschen irgendwie was erreicht hast, dass sie sagen, ich mache mir zum ersten Mal über diesen speziellen Gedanken, denke ich, irgendwie ganz anders drüber nach. Und das, also, das freut mich dann wahnsinnig, wenn die Leute so rausgehen. Ich will die Leute nicht, das stört mich auch am politischen Kabarett, auch ganz oft in Deutschland so, das ist immer so von oben herab sehr belehrend. Also, der Kabarettist sagt, was richtig, was falsch ist. Nicht alle, aber dann doch tendenziell. Und ich versuche eben ganz, ganz, ich habe natürlich auch meine festen Überzeugungen, aber wenn ich ein neues Programm schreibe oder auch im Buch, ich versuche, meine Meinung weitestgehend runterzuschrauben und eigentlich den Leuten Fakten, überraschende Sachen zu präsentieren und dann sollen sie sich auf dieser Basis ihre eigene Meinung dazu binden. Das wurde mir tatsächlich schon mal von der Frankfurter Rundschau vorgeworfen, dass ich die Leute quasi in ihrer Entscheidungsfähigkeit alleine lasse. So ein bisschen. Ja, das ist unverantwortlich. Nachher kommen sie noch auf Gedanken. Lass uns noch mal ganz kurz zu den USA und zu New York zurückkehren. Du musstest deinen Aufenthalt, der für ein Jahr geplant war, nach neun Monaten abbrechen wegen Corona, wegen dem Shutdown. War das für dich eher eine Erleichterung? Und jetzt kann ich aber wirklich mal ein Sabbatical machen und ein bisschen entschleunigen oder hättest du gerne noch diese drei Monate drangehängt? Ich hätte schon noch gerne drangehängt, klar. Also ich habe zum Glück fast alle größeren Projekte, die ich machen wollte, dann doch noch realisieren können. Also ich habe meine letzte Show in, also ich habe ein großes Projekt gehabt. Ich wollte zwei Wochen Off-Broadway in Manhattan in meinem Programm spielen. Und da war die letzte Show am 8. März und am 10. März in der Theater zugemacht worden. Das heißt, ich habe es gerade so geschafft. Also das hat mich schon ganz schön geschmerzt, wenn das nicht zustande gekommen wäre. Ja, es war dann irgendwie, wir sind dann wirklich Hals über Kopf zurückgefahren. Das war im Grunde genommen eine Entscheidung innerhalb von Minuten, als Trump am 13. März gesagt hat bei einer Rede, dass jetzt die Interkontinentalflüge demnächst gekappt werden. Da habe ich gesagt, okay, wir kommen vielleicht hier nicht mehr raus. Und du wusstest ja auch zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht, wie sich das alles entwickelt. Und dann habe ich an diesem Abend noch zu meiner Frau gesagt, lass uns einen Flug buchen, sonst kommen wir vielleicht hier erstmal die nächsten paar Monate nicht mehr weg. Und bin dann quasi dann drei Tage später zurückgeflogen. Und dann halt irgendwie voll in den Lockdown. und ich mache immer diesen Scherz, als Physiker war ja Social Distancing eigentlich der Grund, weshalb man Physik studiert. Insofern war es für mich gar nicht so schlimm. Und ich musste dieses Buch, das ja eigentlich schon fertig war im März, mehr oder weniger, das musste ich dann natürlich noch umschreiben, weil wir haben uns dann, da waren wir schon wieder zurück und das Buch war im Grunde genommen bis auf ein paar Kleinigkeiten lektoriert und dann hat der Verlag die Verlegerin angerufen, hat gesagt, du Vince, ich glaube, wir müssen dieses Corona-Thema noch mit reinbringen. Es war nicht exzessiv, ich wollte da kein Corona-Buch und sie wollte das auch nicht, aber es sind halt viele, viele Geschichten im Buch, wenn ich über New York erzähle, über diese Lebendigkeit, über die Theaterszene, über die Gastronomie-Szene, die natürlich jetzt massiv runtergefahren ist und deswegen habe ich dann nochmal einen Monat lang das Buch so ein bisschen überarbeitet und habe mich dann mit dieser Bucharbeit durch den Lockdown quasi gerettet. Ja, das ist ja sehr produktiv. Nun ist New York nicht die USA und es ist immer schwer da jetzt zu pauschalisieren. Du warst 2009 schon mal in New York und jetzt eben 2020, du hast Donald Trump eben erwähnt, ich kann natürlich nicht ohne zu fragen, ob du da sagen würdest, naja, man hat vor der Wahl von Trump prophezeit, das wird jetzt hier gleich das nächste dritte Reich werden. Hast du in New York Unterschiede wahrnehmen können vor der Wahl Trumps, nach der Wahl? Also in New York has den natürlich jeder. Also wenn du da mit einem Trump-Capit durch das East Village gehst, einen herzlichen Glückwunsch. Was ich, ja, also das mal so, also aber wir waren natürlich auch viel unterwegs im Land, also wir haben immer mehr so kleine Roadtrips gemacht, wir waren in Texas ein paar Tage, wir sind durch Louisiana gefahren und da ist halt schon auch Make America Great Again und da kommen die Plakate raus. Wir haben jetzt nicht direkt mit diesen Leuten über das Thema diskutiert. Ich wollte da auch nicht rüberfahren, ich schreibe es auch im Buch, ich wollte da nicht als der neunmal kluge Deutsche sein, der den Amis erklärt, wieder Laden zu laufen hat. eine Nation, die bereits mit dem Bau von einem Flughafen überfordert ist, sollte die ein bisschen flacher halten, denke ich mir dann immer. Ich habe zugehört, ich habe mir einfach angeguckt, was da los ist, was sichtbar ist und spürbar ist, dass im Vergleich zu 2009 natürlich die Gesellschaft extrem gespalten ist, die amerikanische. und ich habe es auch im Buch geschrieben, also früher war die Spaltung, so vor 40 Jahren, war die Spaltung eher schwarz-weiß, also wenn du zum Beispiel bei Umfragen Leute, wenn du Schwarze gefragt hast, würden sie in ein weißes Viertel ziehen oder weiße gefragt hast, würde sie in ein schwarzes Viertel ziehen, dann haben die meisten Leute gesagt, no half, bitte nicht. Heute, wenn du diese Frage stellst, ist sie eher, würden sie als Republikaner in ein demokratisches Viertel ziehen und umgekehrt. Das heißt also, diese Ausrichtung spaltet eher die Nationen und das ist durch, in diesen letzten vier Jahren mit Sicherheit größer geworden, diese Spaltung. Gibt es denn irgendwas, was Deutsche von, ich sage jetzt mal New Yorkern lernen könnten oder auch wünschst du dir manchmal irgendetwas, was aus deiner New Yorker Erfahrung, du lebst jetzt in Wien, das ist natürlich mit irgendeiner deutschen Sprachraum gar nicht zu vergleichen, aber was wir im deutschen Sprachraum da noch mehr haben könnten, wenn wir uns wünschen könnten? Also ich habe das Deutschsein als sehr ambivalent wahrgenommen in Amerika drüben und auch speziell in New York. Also auf der einen Seite, was ich toll finde an uns, an uns Deutschen, ist tatsächlich, wenn wir uns irgendwas vornehmen, dann ziehen wir das bis zum bitteren Ende durch. Also wenn wir sagen, wir wollen eine Duscharmatur konstruieren, dann ruhen wir nicht, bevor das Ding zu 110 Prozent funktioniert und dann gehen wir aufs Ganze. Das Problem ist, dass wir das halt auch mit Ideologien, mit großen Ideen machen und dann bis zum Ende durchziehen, obwohl wir vielleicht irgendwie sehen, das funktioniert alles irgendwie nicht. Stichwort Energiewende oder ich will nicht zurückgehen in unsere dunkle Zeit. Also dieses Deutsche, es muss alles immer hundertprozentig sein und kein Raum für Improvisationen. Also wenn wir uns was in den Kopf gesetzt haben, dann wird das durchgezogen. Und die Amerikaner und speziell die New Yorker, die sind da wesentlich lockerer. Die sagen, jeder Tag ist eine neue Herausforderung, hier kann jeder uns überleben. Wir müssen improvisieren, wir müssen irgendwie, wir können nicht mit einem festen Plan durch diese Stadt gehen. Wir müssen veränderungsfähig sein und das hat mir gut gefallen, dass man da hart arbeitet, dass man da überlebt, aber trotzdem mit so einem lockeren Ambiente, dass man sagt, okay, es funktioniert irgendwie und dann kommt halt das und dann improvisieren wir halt. Und also da können wir Deutschen uns meiner Meinung nach noch ganz schön viel abschneiden. Bisschen Pragmatismus. Ja, was mich schon interessieren würde, ist, wie deine Kollegen, deutschsprachigen Kollegen, reagiert haben auf die Kunde, dass du da hingehst, dass du das machst und dann als sie gesehen haben, du hattest ja auch wirklich Erfolg. Ist da viel Neid mit im Spiel oder machen sie das sogar nach? Gönnen sie dir das? Wie ist da so die Community? Also ich bin ja nicht so wahnsinnig vernetzt mit den, also wir kennen uns natürlich alle, aber wir sind jetzt nicht so richtig dicke. Also mit dem, mit wem ich sehr lange drüber gesprochen habe, vor der Reise, war Michael Mittermeier, weil der hat das Ganze schon vor zehn Jahren mal gemacht. Der konnte das auch total nachvollziehen, sehen, weil er gesagt hat, das war für ihn rückblickend seine beste Zeit, also auch künstlerisch, was er da gelernt hat, wie er auf die Bühne geht, was er da mitgenommen hat. Nicht nur an Ideen, sondern auch an, wie man einfach an seinen Beruf rangeht. viele Kollegen, ich muss jetzt aufpassen, damit ich hier nicht irgendwie Bashing betreibe, aber also das Tolle an der deutschen Kabarettlandschaft ist ja, ich rede jetzt vor Corona, also zurzeit ist ja eh alles, das brauchen wir gar nicht drüber reden, dass das ziemlich alles im Bach runter geht, aber vor Corona war es eigentlich relativ easy, wenn du ein bisschen etablierterer Kabarettist warst, da eine Familie zu ernähren und ein gutes Leben zu führen. Es gibt halt irgendwie sehr viele staatliche Förderungen, jedes Kaff hat irgendeine Kleinkunstbühne, wo die Gemeinde dann halt irgendwie im Jahr 30.000 Euro reinhaut, damit halt ein schönes Programm ist. Das heißt, du kannst als Kabarettist in Deutschland relativ gut oder konntest relativ gut leben und dadurch, da bin ich auch sehr dankbar dafür, gleichzeitig wie will ich das sagen, ist es natürlich auch so ein bisschen neigt man dazu, das sich so ein bisschen zu gemütlich zu machen und ich glaube, dass viele Kollegen tatsächlich nicht so richtig verstanden haben, warum macht er das jetzt? Der könnte doch hier locker noch ein paar Jahre hier eine ruhige Kugel schieben und jetzt geht er da rüber und tut sich irgendwie so das Schlimmste, was man sich vorstellen kann, also sich vor eine besoffene Meute von New Yorkern zu setzen und für 20 Dollar am Abend irgendwie was zu spielen. Also das vermisse ich tatsächlich Freigeister und so auf Leute gibt, die so gerne auf Risiko gehen. Verstehst du, was ich meine? Ja, du hast eben auch das Stichwort staatliche Förderung genannt, also die Kulturszene insgesamt, ich denke, auch die Kabarett-Szene ist ja vielleicht nicht unbedingt angewiesen, aber nimmt das natürlich auch sehr gerne in Anspruch, was der Staat da ausschüttet. Führt das nicht zu einem gewissen, du hast eben gesagt, so eine Art Bequemlichkeit, vielleicht so intellektuelle Bequemlichkeit oder auch die Hand, die mich füttert, die beiß ich lieber nicht und dass man da wirklich schon diese innere Schere allein deswegen im Kopf hat? Also finde ich schon, also man muss zumindest aufpassen. Also ich spiele ja auch sehr viele Veranstaltungen vor Konzernen, also ich bin sogenannter Key Neu-Speaker, klingt wahnsinnig toll, aber ich halte halt auch für viele Unternehmen Vorträge mit ein bisschen angepassten Inhalten und da ist jedem klar, dass man natürlich ja, wenn halt irgendwie dann man vor einem Pharmakonzern spielt oder einen Vortrag hält, dann kann man natürlich irgendwie nicht sagen, das, was ihr macht, ist alles Schrott und ihr seid eigentlich unethische Idioten. also so würde ich auch nicht machen, aber da ist klar oder da ist jedem Künstler auch klar, dass man da natürlich Kompromisse machen muss oder oftmals in die Richtung gedrängt wird, aber das ist natürlich bei staatlicher Förderung genauso, dass du natürlich schon vielleicht unbewusst überlegst, was kann ich jetzt sagen oder vielleicht gar nicht so, dass du gecancelt wirst oder sowas, aber es ist ganz natürlich, wenn ich von jemandem Geld bekomme, dann gehe ich nicht hin und pisse dem ans Bein. Das ist also zumindest ich nicht. Ja, ich glaube auch, man muss sich die Leute ja nur ansehen, wie Franz-Josef Schraus gesagt hat, man sieht vielleicht schon eine gewisse Einengung dessen, was so gesagt wird, wenn man ganz vergleichlich mit dem Kabarett von vor 30, vor 40 Jahren, aber wenn wir jetzt die Fälle nehmen, zum Beispiel Uwe Steimle beim MDR oder Andreas Thiel in der Schweiz, Dieter Nuhr haben wir schon erwähnt, Lisa Eckert ist jetzt ein prominentes Beispiel, da gab es eben so etwas wie Skandale, auch wo man das Gefühl hatte, die gehen im Grunde genommen aus diesem Meinungskorridor heraus. Du hast ja auch unseren Appell für Meinungsfreiheit unterschrieben, der sich ja gerade auch an diesen Kabarett Situationen entzündet hat. Hast du das als eine Art Entwicklung gesehen? Wie ist dein Blick auf diese Fälle gewesen? Also was ich schon sehe ist, dass sich tatsächlich dieser Meinungskorridor verschoben hat oder kleiner geworden ist. weil ich meine diejenigen, die dann kein Problem sehen, die sehen deswegen auch oftmals kein Problem, weil sie halt eben sehr mainstreamig argumentieren. Aber wenn du halt tatsächlich ein bisschen rausgehst und wir reden jetzt hier nicht von Extremsituationen, also das will ich jetzt mal, du hast ja glaube ich auch mal in einem Kommentar gesagt über diesen süddeutschen Artikel, es geht nicht darum, dass man jetzt irgendwelche extremen Positionen gutheißen möchte in diesem Sondern es zeigen auch Allensbach Umfragen, dass glaube ich nur ein Fünftel der Leute inzwischen sagt, ja wir können irgendwie offen unsere Meinung sagen. Das geht jetzt nicht darum, dass die dann nachts von der Polizei abgeholt werden, sondern es passieren soziale Ausgrenzungen, es passieren ich weiß ganz genau wie Veranstalter oder auch Konzerne reagieren also wenn du wenn da irgendwie in deinem Wikipedia Profil irgendwas drinsteht was in irgendeine verdächtige Ecke hingeht das muss stimmen oder das muss nicht stimmen dann sagt jeder Konzern den können wir nicht einladen ich finde den ja gut aber wenn wenn das irgend so und so passiert das halt auf so eine subtile Art und Weise und dann habe ich auch noch weil ich ja immer so halb bei der Kunst bin und halb immer noch bei der Wissenschaft da muss ich einfach auch sagen ich kenne halt auch in Deutschland sehr sehr viele Professoren viele die in diesem Wissenschaftsbetrieb sind auch in Amerika ein paar dass die halt auch sagen meinungskorridor auch selbst in der Wissenschaft ist immer stärker eingeengt also wenn du in einer größeren Uni die Genderforschung an also kritisierst dann kannst du tatsächlich mit dem Dekanat Probleme bekommen und ich rede jetzt nicht von irgendwelchen polemischen Sachen dass die Frauen noch an den Herz sollen sondern es gibt ja in der Evolutionsbiologie ganz eindeutige Evidenzen dass eben das Geschlecht nicht nur ein soziales Konstrukt ist sondern dass es sehr viele Bereiche gibt wo die genetische Disposition eben auch das Geschlecht beeinflusst und wenn du da einen Zacken zu weit gehst dann wirst du in der Wissenschaft schon auch einen auf den Deckel das ist in Amerika noch schlimmer aber das ist auch in Deutschland so ja und vielleicht nicht nur in der Wissenschaft sondern auch im Kabarett frage ich dich also würdest du zum Beispiel Themen wie Gender Feminismus Umwelt haben wir schon darüber gesprochen würdest du das ausklammern gerade so du als Wissenschaftskabarettist ich mache jetzt im neuen Programm eine Gender Nummer ist noch in der Vorpremieren Zeit mal sehen ob was jetzt passiert nein also ich versuche das ja genau aber das ist ein schönes Beispiel also da habe ich sehr sehr lange überlegt wie formuliere ich was kann ich sagen wie kann ich es auch so formulieren dass ich auf gar keinen Fall missverstanden werde weil ich meine wenn mich Leute missverstehen wollen dann tun sie das das weißt du selber also dann wollen sie irgendwas rauslesen aber trotzdem kann man macht Sinn sich Gedanken darüber zu machen was ist meine wirkliche Kritik an dem Thema und die Kritik ist eben nicht jetzt gerade zum Gender Thema dass jetzt irgendwelche Leute oder dass man dass man irgendwelche sozialen Strukturen nicht anerkennt sondern dass es eben auch zum Teil eine politische Methodik ist um bestimmte Leute in Positionen zu bringen also das sagt ja auch Julius Butler also wir wollen da so ein politisches Movement auch sein und ich finde halt wenn man das rein mal als Wissenschaftler sieht das hat eigentlich in der Universität nichts zu suchen in der Wissenschaft soll es eigentlich immer darum gehen Phänomene zu erklären oder zu suchen was was steckt hinter den Dingen und eben keine politische Agenda zu verfolgen und das ist mein Haupt Kritikpunkt an dieser ganzen Gender Forschung dass es eben auch ein nicht nur aber auch eine politische Bewegung ist und ich finde das kann man machen aber halt nicht an der Universität eine letzte Frage vielleicht noch wenn ich das so höre und ich kenne das ganz genau das ist vielleicht auch eine positive Entwirkung von dieser ich sage jetzt mal Angstkulisse die wir haben die sich in der Öffentlichkeit äußern wir müssen sehr genau überlegen was wir sagen und 15 Kaveats davor schieben und hier nochmal differenzieren das ist ja auch durchaus gut aber so wie man sagt we are walking on eggshells die ganze Zeit für einen Witz und für einen Humoristen ist das doch eigentlich genau das was er nicht haben will oder der will doch auch mal auf den Putz hauen und überziehen und überspitzen also ich habe noch ein bisschen Glück weil ich halt einfach jetzt sowieso auch nie so ein derber Typ bin der dann irgendwie Lust hat so voll reinzugehen also aber trotzdem du hast vollkommen recht man muss schon sich genauer überlegen wobei man kann es auch als Vorteil für sich nutzen weil man muss einfach klarer und besser formulieren und ich glaube dass die ich sage jetzt mal pauschale ich bin immer vorsichtig mit so pauschalen links oder rechts oder sowas ist mir eigentlich blöd weil es verschwindet ja auch ganz oft aber dass Leute die jetzt ich sage jetzt mal so in diesem linksgrünen mainstream sind dass die halt so eine bestätigung auch über die medien haben dass sie gar nicht mehr genau argumentieren müssen und und wenn wo man sowieso weiß egal wie man es formuliert man kriegt den applaus ja das auf jeden fall das denke ich auch dann wäre es ja wirklich interessant zu sehen wie sich das in deinem neuen Programm niederschlägt ich hoffe jetzt natürlich nicht dass du da insofern angegangen wirst dass dir da unfair etwas unterstellt wird oder gecancelt wirst das wäre ja eigentlich eine schöne Entwicklung auch von unserem Appell dass er sich selber als unnötigerweise oder obsolet macht weil die Leute sagen ja okay es gibt gewisse Grenzen da müssen wir nicht gehen also ich glaube ich glaube ich mache ihm lustigerweise unabhängig von dem Appell mache ich eine Schlussnummer von meinem neuen Programm ist im Grunde genommen Appell wieder exakt was wir da als Erstunterzeichner unterschrieben haben die Nummer existiert schon seit fast einem Jahr habe ich dir geschrieben dass wir eben dieser Appell dass wir eigentlich wieder miteinander reden müssen dieser Diskurs der vielleicht auch durch die sozialen Medien durch dieses Facebook und dieses Twitter so zerstört worden ist ich bin jetzt kein Gefeind von 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 Technologie aber es ist halt einfach auch eine unangenehme Nebenerscheinung dass man halt durch du weißt es ja selber du schreibst du setzt einen Post ab und die Leute versuchen dich sofort in die eine oder die andere Richtung zu 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 etikettieren das heißt dieser das was die 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 abendländische Kultur eigentlich ausmacht ertragen von unterschiedlichen Meinungen Widersprüche auszuhalten und eben auch diese Einsicht dass keiner die absolute Wahrheit gepachtet hat die geht durch diese durch diesen sozialen Medien totalen Bach runter und ich glaube ich sage es im Programm auch ganz zum Schluss in so einem wirklich da ist auch muckseuschen still ich sage auch wenn wir sobald wir das direkte Gespräch mit jemandem suchen erweisen sich die wenigsten Leute als linksgrün versifft oder als rassistisch wir Menschen sind widersprüchlich und komplex und ich glaube dass die überwiegende Mehrzahl der Leute mehr Gemeinsamkeiten miteinander haben als Trennendes und ich glaube darüber müssen wir eigentlich auch das ist also es ist eigentlich eine positive Botschaft aber wir müssen sie eigentlich auch akzeptieren und annehmen aber auch eine sehr frohe Botschaft also gefällt mir sehr das zu hören du hast gesagt das Programm ist in der Vorpremiere ab wann ist Premiere und ein paar der Städte wo man es sehen kann am 27. September ist in München im Innenhof vom Deutschen Museum Open Air Social Distancing ist die Premiere und ab dann geht es überall deutschlandweit los und wins-ebert.de ist der Tourplan da kann man mich irgendwie sehen Österreich auch übrigens ich bin im Jänner wie wir Österreicher das sagen Mitte Jänner mache ich da eine kleine Österreich-Tour sehr schön bist du schon eingebürgert in Österreich ich darf tatsächlich ich habe mich jetzt neulich mal informiert in sechs Jahren dürfte ich um die österreichische Staatsbürgerschaft nicht bewerben also da ist es noch nicht klar aber dann muss man glaube ich auch so einen Test machen man muss irgendwie Gabalier-Songs singen was Tomate auf Österreich gescheitst oder sowas ja sehr schön und dein Buch Broadway Stadt Jakobsweg kann man auch jetzt schon kaufen also alle Links ganz genau sind in der Beschreibung Vince vielen Dank für das Gespräch danke und auch an euch vielen Dank ich hoffe das Gespräch hat euch gefallen bis zum nächsten Mal macht's gut